Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Heute wieder mal mit einer Sonderfolge, Sonderepisode. Und der Grund ist einfacher. Heute Morgen hat Oppo, der chinesische Smartphone-Hersteller, zwei neue Smartphones vorgestellt. Es sind zwei neue Mittelklasse-Smartphones. Das heisst, sie siedeln sich circa in einem Bereich von 399, respektive 499. Und ihr bekommt noch 100 Franken Cashback und 799. Und auch da gibt es ein Cashback obendrauf an. Und das ist natürlich eine kleine Kampfansage. Auch wenn der Mid-Range-Smartphone-Bereich sehr stark umkämpft ist, gefallen mir, wer den pocketbook.ca-Blog ein bisschen verfolgt hat, die Smartphones aus dem Hause Oppo sehr, sehr gut. Was bekommt man dafür? Zum einen gibt es das neue Oppo Reno 5G. Und dann gibt es eben noch das Oppo Reno 5G Pro. Umgekehrt, Oppo Reno 6 Pro 5G. Jetzt ist es gegangen. Genau. Und was ist da drin? Im Kleineren ist ein Mediatek-Prozessor mit drin. 8 GB RAM, 128 GB Speicherplatz. Ihr habt ein AMOLED-Screen mit einem gut geschützten Display. Ihr habt 90 Hz Bildwiederholungsrate. Ihr habt die ganze GPS-Palette an Bord. Ihr habt einen 4300 mAh Akku. Und die SuperWOC 2.0 Fast Charging-Geschichte, die Oppo ja hat mit ihrem 65-Watt-Netzteil. Das ist ein Totschläger, ein Riesesteil. Aber es lädt das Smartphone so unglaublich schnell. Ich teste aktuell das Flaggschiff von Oppo, das Find X3. Und das fasst schon nicht mehr schön so schnell, wie das Ganze lädt. Ich werde euch in den Shownotes zwei Seiten verlinken, wo ihr euch das Smartphone ein bisschen genauer anschauen könnt. Wer sich das kleinere genauer anschaut, der könnte zuerst meinen, es sei ein iPhone. Und das nicht nur vom Hintergrundbild, sondern auch vom Design her. Aber ein schön umgesetztes iPhone, muss man dazu sagen. Mit drei Kameralinsen. Dann gibt es eben das Oppo Reno6 Pro 5G. Jetzt hat es auf Anhieb geklappt. Hier haben wir dann schon ein Qualcomm Snapdragon 870. Also fast der grösste Snapdragon oder der aktuellste Snapdragon-Prozessor mit drin. Hier haben wir 12 GB RAM, 256 GB an Speicherplatz. Auch hier natürlich die SuperWOC-Geschichte in 2.0. Also schnelles Aufladen. Hier bekommt ihr, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob ich es mit den Zahlen richtig zusammenkriege, in 20-30 Minuten rund 80% des Akku-Volls. Der hat einen 4500 mAh Akku. Das Ganze wird ausgeliefert mit Android 11 und dem ColorOS 11.3 obendrauf. Dazu gibt es nächstens ein Video auf dem Pogipsi Network YouTube-Channel. Und auch da verlinke ich euch für das Optische noch eine Seite, wo ihr euch das Ganze ein bisschen genauer anschauen könnt. Auch hier sind nicht nur drei Kameras mit verbaut. Hier sind insgesamt vier Kameramodule mit verbaut. Und da bei beiden liegt vor allem der Fokus nicht nur auf dem Fotografieren, wie in den letzten Jahren. Hier möchte man langsam, aber sicherlich auch an Apple aufschliessen, was das Ding anbelangt mit der Video-Qualität. Da ist ja Apple nach wie vor der Platzhirsch. Und das schaut schon mal deutlich angenehmer aus. Muss sich natürlich in einem eigenen Test zeigen. Mal schauen, ob wir da irgendwas machen können und euch das Ganze auch vorstellen können. Aber die zwei neuen Smartphones sind jetzt, oder umgekehrt gesagt, mit den beiden neuen Smartphones ist Oppo jetzt natürlich gerüstet für das Weihnachtsgeschäft. Zum einen mit dem Find X Pro 3, eben dem Flaggschiff, was sie haben, was im Frühjahr vorgestellt wurde. Und eben jetzt mit den zwei neuen Midrange-Smartphones. Wer also in der Android-Welt unterwegs ist und ein neues Gerät sucht, auf Ende Jahr hin, ab heute sind die beiden im Schweizer Markt erhältlich. Ich glaube auch bei euch in Deutschland und Österreich sind sie gleich gestartet. In Deutschland gibt es so viel, ich weiss, keine Cashback-Geschichten. Hier aber bekommt ihr das Ganze jeweils in einem Bundle geliefert. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es da im Bundle mit drin die Kopfhörer und das Band oder nur die Kopfhörer, wie auch immer. Muss man sich genauer anschauen und eben, ab sofort im Handel. Also wer mag und interessiert ist, zuschlagen und glücklich werden. Das war es mit der heutigen Sonderepisode hier im Geek Talk Daily. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen was mitgeben können vom Oppo-Event. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Episode. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.